Prozent of Frozen Kalef hat der Junge. Ist wieder extra gestorben, weil die Zahl so gut ist. Nee, ich bin wirklich erst deswegen gestorben. Drago hast halt so ein krasses Gribus gekonnt, ne? Nein, es verwirrt auf den Krieg. Äh... Okay. Was für die Geräusche, wenn ich fragen darf. Ne? Steine Arbeit auf dem Kalef. Was ist das halt so? Endlich, Jäger. Ah, GG. GG! Oh mein Gott!